Ah Leute, Smallbrain, LCS Streamer in den Chat, schon wieder nicht mal eine Sekunde bin ich online und schon habe ich gesmallbrained, holy moly, was gibt es besseres als running it down mit Kartus, ah man, Kartus, auf Kartus habe ich jetzt Bock, einfach richtig runterrennen, komplexes Design, ihr wisst Leute, Air Mechanic, Press Air, win the game, gibt es nichts, gibt es nichts, nichts geileres, mit Ultimate Hunter natürlich und dann noch Presence of Mind und Cup de Gras, oder Cup de Gras, wie auch immer man das ausspricht, let's go! Go, 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 go! Eiskalt Red Bull, gegönnt! Hier der Trick mit der Q, den großen Golem fokussen Jetzt auch irgendwie alles runter, einmal E antippen und E wieder weg machen, für einen besseren Clear Und ja, mit Kartus könnt ihr Red Golems Raptors machen, ihr habt genug Mana, weil eure Q, wenn ihr damit Ziele killt, refundet das durch Mana Wichtig ist auch bei Kartus, schaut, dass ihr auch immer, ne, also Autotecks dazwischen macht Nice, good job Rango! So, wir nehmen unsere, nicht unsere W, wir tun zwei Punkte in Q rein, für einen schnelleren Clear Yi könnte hier sein Skillshot König Albi Skillshot König Jo, die Krabbe ist am Outplay, man Aber wer ist dieser Skillshot König? Hey, komm Sturenga, komm, let's go! Noo! 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 What am I doing? Aber wer ist dieser Skillshot König? Noo! Oh, Jinte! Skillshot König Just FF Ich spiele nicht so oft Kartus, ich muss wieder ein bisschen ins Feeling kommen Ins Kartus Feeling Grad eingeschaltet, dann sieht man so etwas und will gleich wieder weg Olsen, why toxic man? Meine, Digga, ich hab auch Gefühle Eine Näääääääääääää, BÄM! BÄM! Mechanics Chase this, go Gibt es jemanden, den ich mit Ulti killen kann? Glaub nicht Ich seh dich, du kleiner Zöpfelklatscher Nice Good job Nautilus ist halt richtig geil Er kann Leute für mich sassin Und dann kann ich easy meine Q immer treffen Gibt es Base, Bruder Er hat Bock Er hat Bock Ich bin nicht ein Fan dieser Nautilus Fast gestorben Fast geintet Das waren zwei Qs Hey Das KS, Mann Boom Dodge, Katlin Dodge Ey Erflisht Ey Mechanics Help me Nein Nein Ich lebe noch nice Oh Los Leben am Limit Leben am Limit Also noch closer Kann man nicht mehr spielen Obwohl Ich habe Ulti in 20 Wem one shot ich? Gibt es jemanden Gibt es jemanden Den ich one shotten kann? Deine Elo Ich bin Grandmaster gekommen Diese Season Ey Ich mache gar kein Damage Ich dachte Jin ist one shot Man Ich trinke nicht so oft Energy Muss ich sagen QB Ich hole mir echt nur Energy Weil ich heute Bock drauf habe Aber sonst trinke ich nicht so oft Energy Muss ich sagen Ist Varus spielbar? Jeder Champ ist spielbar Jeder Champ Das ist Elo Community Du sagst es Devoog Holy shit Ich habe fast 200 CS Was ist sonst dein Lieblings Ich muss ehrlich sagen Red Bull ist sonst mein Lieblings Energy Boom Oh ich habe gemisst Oh der Yi Der Yi ist tot Oh baby Oh shit Oh hell no Boom So gut man Leute Wenn ihr free Elo wollt Zockt Wenn ihr keine Hände habt Zockt einfach Kartus Oh lol Du hast Gintet Oh ist tot Boom Kartus ist irgendwie Widerlich man Kartus ist richtig OP Ich komm Ich komm Boom Boom Oh kein Damage Oh ich mach kein Schaden mehr Mann ich mach ein Papier Damage Ja ich hol mir jetzt Void Stuff Die fangen an schon im Meer zu geben So Energy ist Haram Warum soll Energy Haram sein? Null Weil ich esse alles man Nur ich kann Nur kein Schweinefleisch essen man Ich habe sogar schon mal bewusst Schweinefleisch probiert Bruder das schmeckt echt nicht man Ich habe bewusst Schweinefleisch probiert schon Also ich Leute ich bin eh Also es gibt ja Leute ich bin nicht so religiös wie ihr denkt Ich bin zwar muslimisch aufgewachsen Leute Aber Ich muss sagen Ich bin jetzt nicht so der religiöste Ähm Aber ich muss sagen Ich habe mal bewusst Schweine probiert Und muss sagen Ah Bruder Das war schon ein bisschen meh War nicht so lecker Bewusst mal so ein Stückchen Schweine probiert Aber Ah meh Nicht so meins muss ich sagen Ich bin einfach Chicken Abuser Ich bin Chicken Abuser Kein Kill bekommen man Ich wollte Rango unterstützen Bei Beim One-Shotten Null Fizz Ah Ich verblute Ah GG Ah GG 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 vain 0 K 0 3 0 0 Untertitelung des ZDF für funk, 2017